Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Morgendenken, ihr Lieben. Wir haben im letzten Part echt große Fortschritte erreicht. Wir haben es immerhin hingekriegt, dass unser Spiel so weit funktioniert, inklusive Schutzfunktion. Oh my goodness. Okay, funktionieren tut es jetzt noch nicht so, wie wir jetzt funktionieren im Klar-Sinn definieren würden. Aber immerhin, Halleluja, man kann schon mal vier Gewinnspielen. Also, ich drücke auf den Knopf und der erste Sand fällt herunter. Ja, okay. Der erste Sand wäre heruntergefallen, wenn nicht hier dieses Latch genockt wäre. Okay, zweiter Versuch. Also, nochmal. Ich drücke auf den Knopf und es fällt roter Sand runter. Wenn ich jetzt nochmal drücke, fällt nochmal roter Sand runter. Und wenn ich diesen Schalter hier umlege, fällt jetzt normaler Sand runter. Oh my goodness. Und wenn jetzt nochmal Sand runterfällt, dann lockt sich das Ganze ab. Jetzt kann hier kein weiterer Sand runterfallen. Oh my goodness. May. Das ist jetzt ja mal mehr YouTube-Worten. Leute. Jungs und Mädels. Okay, also. Wir haben jetzt im letzten Part diesen Schutzmechanismus hier eingebaut. Dieser Schutzmechanismus sorgt eben genau dafür, dass es da kein Ärger gibt, falls mal zu viel Sand runterfällt. Lasset uns dies nochmal schnell eben kurz überprüfen. Wir schnappen uns nochmal einen Lever. Wir legen den hier um, drücken auf den Knopf und gucken, ob unser Schutzmechanismus funktioniert und seine Arbeit soweit er richtig tut. Tut er dies? Er tut es gut. Er macht es super. Welch Freude anzuschauen. Gut. Okay. Okay, nachdem wir das hingekriegt haben, sind wir eigentlich fast fertig. Jetzt kommt eigentlich der spaßige Teil. Wir wollen ja speichern, welches Item oder was hier runtergefallen ist. Aber erst müssen wir einmal den Schutzmechanismus weiterbauen. Der ist von mir so konstruiert, dass er theoretisch stackbar ist. Also dürfte eigentlich kein Problem geben, wenn wir den nebeneinander bauen. Hinweis in der Bedrock-Edition oder in der Pocket-Edition. Da bin ich gerade nicht ganz sicher, Leute. Ich weiß auf jeden Fall, dass in irgendeiner Edition hier diese Sand-Latches nicht funktionieren. Diese Sand-Rams, wie ich immer gerne sage. Die rammen nämlich nicht, sondern die sind eher dumm. Die machen gar nichts in der entsprechenden Version. Das heißt, wir sollten hier nochmal nachgucken. Okay. Also besonders ist jetzt quasi unser Master-Reset. Ja, ich nenne ihn mal Master-Reset. Menschenskinder, schreibt es mich hier nicht an. Aha. So, herrliche oder nette Grüße von iOS 100. So, so, so. Gut. So, die Latches stehen. Jetzt ist die große goldene Frage, wie wir das alles miteinander verbinden. Denn, denn, es muss jetzt eine Art Reset-Knopf geben, den ich jetzt mal über diese Leitung hier lege. Lege. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre dies unser Reset-Input-Signal. Und das muss standardisiert werden. Das muss standardisiert werden. Das bedeutet, wir sorgen einmal dafür, dass das Signal auf eine Länge gebracht wird. Egal nun, wie lange das Signal ist, was reingeht, haben wir ein standardisiertes Signal. Dieses teutonische Wort. So, okay. Signal wird standardisiert, nachdem wir ein standardisiertes Signal, meine Damen und Herren, als Hausaufgabe, gerade bekommt ihr von mir einmal standardisiert in den Kommentaren. Nein, lasst es sein. Nein, lasst es sein. Ich spame die ganzen Kommentare in den Folgen. By the way, muss ich nochmal jemanden roasten in den Kommentaren. Wisst du, was mich mehr nervt? Es nerven mich gar nicht die Erster-Kommentare. Mich nerven tatsächlich am meisten die Kommentare, die einfach nur Likes gainen wollen, indem sie schreiben, oh mein Gott, Leute, hört auf mit dem Erster. Ja, diese Kommentare nerven mich mehr als die Erster-Kommentare. Denn die Erster-Kommentare, dass das dumm ist, ist so oder so schon klar wie Kloßbrühe. Liebe Erster-Kommentare, ihr wisst ganz genau, dass ihr nicht Erster seid. Wenn ich ein Video hochlade, ja, und ihr schreibt einen Kommentar, kann es schon sein, dass längst Kommentare geschrieben worden sind. Und, um euch nochmal so richtig zu boosten, jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, Es gab Ausnahmen. Das möchte ich zugeben. Ja, es gab Ausnahmen. Aber fast jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, Ja, fast jedes Mal kontrolliere ich das und gucke mir selber einmal das Video an. Und das bedeutet, ihr seid nie Erster. Boah! So. Mailed. Mailed it. So, 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 so. Also, wie wir sehen, sehen wir Technik. Und diese Technik, die soll hervorragend funktionieren. Ja, das ist Sinn und Zwecke der Technik zu funktionieren. Ich dachte jetzt einfach mal so daran, dass die Technik funktioniert. Ich meine, sie könnte bestimmt auch nicht funktionieren. Das wäre mal was anderes. Fände ich aber nicht so cool. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute. Ich fände es nicht so cool, wenn die Technik nicht funktioniert. Deshalb möchte ich ganz gerne, dass die Technik funktioniert. Und eben, um dies zu bewirken, bin ich gerade dabei, heute betone ich das eher extrem, tut mir sehr leid, tut mir sehr leid, wenn es euch hart triggert, Entschuldigung, wenn es euch hart triggert, 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 trrr, rrr, Monologie-Seminar lässt grüßen. Ja, es macht einen Unterschied, ob man R, R oder R sagt. Oh Mann. Und ja, ich bin Deutschstudent. Um Himmels Willen, was hast du alles studiert bis jetzt? Menge. Ich bin Mathematik, Deutsch, Musik auf Lehramt, für die, die fragen. Wenn alles klappt. Es ist natürlich noch ein langer Weg vor mir, ein sehr langer Weg vor mir, aber ich möchte gerne später mich im Bildungswesen toben. Das ist es, was ich haben möchte. Gut, das heißt, wir haben jetzt eine Multifunktion, das heißt, ich drücke auf den Knopf, es wird resettet. Okay, es wird resettet. Der Sand kann hier runterfallen. Und gleichzeitig startet hier unten diese Maschine und kann den Sand nun resetten. Angemessen resetten. Okay, gut. Also, unsere Reset-Funktion steht als nächstes. Als nächstes müssen wir gucken, wie das passiert, was hier passieren soll. Und zwar, ähm, habe ich euch ja bereits schon angekündigt, dass wir hier mit Dingens arbeiten, mit diesen sogenannten Trichtern. Wie sie in Minecraft heißen, Trichter. Das geht mir voll auf den Trichter. Nein, diesmal sind es die echten Trichter. Äh, Schwierigkeiten könnte es geben, wenn dieses Redstone-Signal hier an wäre. Das könnte dazu führen, dass eine Technik hier entsprechend nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte. Aus diesem Grund müssen wir dort eine Umleitung planen, um jenes Phänomen, welches in diesem Fall uns nicht zugute käme, zu verhindern. Also, lasst uns entsprechend unserer, unseres Knowledges als ein Redstoner die Trichter umlegen. So, nachdem wir sie umgelegt haben, nehmen wir uns weitere Kisten, stellen diese Kisten hier oben hin, denn diese Kisten dienen uns als Ankerpunkt von zwei, nein, stopp, wir legen die Kisten doch noch ein wenig weiter nach oben, legen wir die Kisten hier hin. So, denn nun haben wir die Möglichkeit, jetzt auf zweierlei Art hier ein Signal hereinzuleiten. Und das ist ganz, und das mache ich jetzt auf eine, nein, das mache ich, ne, ich wollte es auf eine Skiller-Art machen. Das wäre sehr geil, wenn wir das auf eine Skiller-Art lösen könnten, aber ich bevorzuge dann doch lieber die sichere Art. Also, wir haben jetzt ganz viele Minecats, und die einen Minecats, die sind für, ähm, kratz, 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 die sind für, ähm, na, dritter, dritter, die einen spucken das eine aus, die anderen spucken das andere aus, verstanden? Gut, könnten wir eventuell die, äh, ein Item hier in die Kiste oder so, gibt es da eventuell? Nein, gibt es nicht. Okay, gut, schön. Also, mh, auf der einen Seite haben wir Schwerter, auf der anderen Seite haben wir Minecats. Das heißt, auch da muss noch eine, äh, äh, eine entsprechende Sortierung vorgenommen werden, damit wir genau das auch hier erhalten. So, also, wie bereits angekündigt, haben wir auf der einen Seite Minecats, auf der anderen Seite haben wir die Schwerter oder Helme. Wir haben uns gleich für Helme entschieden, oder? Hel-Helmut? Helmut, was meinste? So, okay, jetzt müssen diese ganzen, äh, Dropper hier nur noch alle angesteuert werden. Und ich dachte gerade daran, ob man das nicht vielleicht dann doch wieder mit unseren Slimey Slimeys machen könnte, die, ja, bis jetzt sich ziemlich gut bewährt haben, was das angeht. So, ha, 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 nur haben wir jetzt die große Problematik und Schwierigkeit, dass wir entsprechend ein Signal mal so und mal so zu leiten haben. Und das, äh, ist mir doch dann schon wieder ein erhebliches Dörnchen im Auge, aber das sollten wir doch in der Lage sein zu lösen. Äh, das ist jetzt unser Slime. Dieser Slime kann zur Seite gemoved werden. Wenn er von diesem Kolben gemoved wird, aktiviert sich dann da unten die Technik. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier einmal ein Kolben-Array und dann brauchen wir noch einmal, äh, das hier. Das schnappen wir uns dann mal hier dran und machen... Diesmal ist es Honig und dann haben wir jetzt Slimes und Honigs im Wechsel. Gut, gut, gut. Und damit können wir dann diese ganzen Geräte hier unten bedienen. Also, schwupp, schwupp. Und das Schöne ist, weil wir es jetzt so haben, können wir jetzt auch gleich das ganze Ja-Nein versetzt haben. Beziehungsweise, ich bin gerade am überlegen, ob wir nicht eventuell doch den klügeren Weg nehmen. Nähmen. Und, ui, das ist ganz schön glitchy, muss man sagen. Man steckt daran fest. Ich habe mich so am Rücken gerade am Honig festgeklebt. Ah, kein angenehmes Gefühl, wenn euch den Rücken Honig runterläuft. Denkt daran, das ist nicht schön. So, okay. Also, meine kleine Idee wäre, dass man hier... Könnte man ja Redstone-Dings hin tun. Nee, stopp. Josef, denk mal wieder nicht nach. Das ist nicht gut, wenn ich nicht nachdenke. Das führt zu Problemen. Das führt zu erheblichsten Problemen, die wir haben. So, wir müssen ja irgendwie... Na, es kann weg, die Reihe kann abgerissen werden. So, wir müssen jetzt dieses Signal an zwei Stellen leiten. Das ist sehr interessant. Aber ich habe eine Idee, wie man es hinkriegen kann. Ich habe eine tatsächlich, glaube ich, gute Idee, wie man es hinkriegen kann. Wir leiten das Signal einfach an beide Stellen weiter, instant weiter. Hm, die Idee gefällt mir. Je länger ich über die Idee nachdenke, desto besser gefällt mir diese Idee. Wir machen das nämlich mit einem Knowledge. So, ich habe eine gute Idee. Das könnte auf jeden Fall funktionieren. Oder ziemlich mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit wird es klappen, was wir hier vorhaben. Glaube ich. Ähm, so. Uh, auf jeden Fall ist es anspruchsvoll. Denn wir müssen das ja alles hier unten reinleiten. Und wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht kollidieren. Das heißt, wir brauchen einmal kurz Obsidian. Dann nehmen wir Obsidian hier. Und wir müssen jetzt irgendwie Verstärker auf das alles runterbrechen. Aber das ist mit cleverem Nachdenken eigentlich zu bewerkstelligen. Und zwar, wenn wir es so machen, dass wir mal hier Redstone hinsetzen. Und dass wir hier keinen Redstone hinsetzen. Ähm, super, ne? Beste Erklärung ever. Gut. Äh, 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 äh. So, das ist, ähm, alles schlecht bis hierhin. Es fing gut an, doch endet es schlecht. Denn die Kolben dürfen nicht ausgefahren sein. Das heißt, wir müssen es nochmal alles verneinen. Aber das sollte doch eigentlich ja auch kein Problem für uns sein. So können wir eigentlich ja nur das hier machen. Lasst mich nachdenken. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine gute Idee. Nein? Ja, doch. Ja, vielleicht. Ne, ein bisschen. Und ja, es ist eine gute Idee. So, okay. Nun, nein, stopp. Es ist keine gute Idee. Halt, stopp. Warum will der nicht ausfahren? Au, der will deshalb nicht ausfahren. Ah, ha, ha, ha. Ich sehe schon, der Honig, der hat sich ein wenig verfangen mit den Blöcken. Aber jetzt möchte der Honig doch bestimmt ausfahren, ne? Jetzt fährt der Honig aus. Jetzt ist alles gut. Jetzt bin ich auch glücklich. So, und jetzt können wir nämlich hier oben das Ganze sperren. Das heißt, quasi, wenn jetzt hier ein Stromsignal reinkommt, ne, sehen wir, fährt der Kolben zurück und wieder rein und aktiviert den Spender. Und wenn diese Stromleitung unter Strom liegt, passiert das bei diesem Kolben an dieser Stelle nicht. So, das ist jetzt die Idee hinter dem Ganzen. Das Signal muss jetzt allerdings noch weitergeleitet werden. Und um einen Bud-Switch zu vermeiden, ah, nee, es entsteht kein Bud-Switch, weil er einen Repeater nicht nach unten gibt. Leute, finden wir im nächsten Part raus, ob mein Vorhaben hier glückt oder nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.